Und dann werfen wir mal einen Blick auf diese Aufgabe 11, in der es um einen elektrischen Dipol geht, auch wenn das hier nicht so steht, aber hier steht es. Der herzliche Dipol. Und zwar soll man jetzt mal bestimmen, die maximale Ladung an den Enden dieses Dipols als eine Gleichung und einfach als Wert, wenn man jetzt noch ein paar Zahlenwerte einsetzt. So, und was man sich jetzt hier so überlegen kann an diesem Dipol, ist, dass der einfach sinusförmig aufgeladen und entladen wird. Also ich habe, wenn ich mir jetzt einen Strom anschaue, der hier so fließt über der Zeit, das ist die Zeit und das ist der Strom, dann wird der Strom zum Beispiel irgendwie das hier machen, ja, so sinusförmig sich ändern. So, und wenn sich so der Strom ändert, und wir gehen mal davon aus, dass die Ladung am Anfang 0 war. Also ich hier ein Q von T hinschreibe, und wir gehen mal davon aus, dass Q ist hier 0. So, wie wird sich jetzt die Ladung ändern? Oder wie könnte ich die ausrechnen, so ganz allgemein, aus dem Strom? Genau, also einfach Zeitintegral über den Strom ergibt die Ladung, und wenn ich das jetzt so unbestimmt integriere, müsste ich eigentlich nur irgendwie sagen, naja, plus irgendwie ein C, plus irgendeine Integrationskonstante, ja, lass dich jetzt mal weg, ähm, so, und wenn der Strom sinusförmig ist, dann müsste die Ladung dementsprechend was sein? Wenn ich eine Sinusfunktion integriere, müsste minus Cosinus rauskommen, ja, und der sieht dann eben so aus, dass der hier genau sein Maximum hat, und hier natürlich wieder genau 0 ist, und hier sozusagen irgendwie so ein Nulldurchgang, und hier irgendwo so ein Nulldurchgang, also müsste unsere minus Cosinusfunktion, die müsste genau so aussehen. Ja, und dann geht die so weiter, so, und jetzt ist ja die, die maximale Ladung, ähm, naja, und vielleicht habe ich das jetzt hier irgendwie ungünstig gezeichnet, vielleicht hätte ich das anders machen sollen, ähm, boah, egal, kriegen wir jetzt auch irgendwie so ausgerechnet, also, man könnte jetzt, man könnte jetzt gucken, vielleicht war meine Annahme hier so ein bisschen blöd, ähm, ich zeichne das mal nochmal neu, ähm, also, und machen wir einfach nochmal ein neues Diagramm, wo das dann vielleicht auch einfacher und schöner ist, ich nehme jetzt mal für den Strom eine Cosinusfunktion, haben wir mal nochmal hier so ein paar Hilfspunkte, so, also Cosinus wäre ja, hier ist das Maximum, hier ist Null, hier ist Minimum, hier ist wieder Null, hier ist Maximum, so, also ich nehme jetzt mal für den Strom eine Cosinusfunktion, und dann geht hier wieder so hoch, so, also das ist immer noch I von T, und wenn ich jetzt das Q von T einzeichne, Cosinus integriert, kommt dann Sinus raus, und ich sage mal wieder, der ist am Anfang Null, hier ist das Maximum, hier ist wieder Null, hier ist Minimum, hier ist Null, so, dann kommt für die Ladung genau eine Cosinusfunktion raus, die sollte so aussehen, das ist das Q von T. So, und die maximale Ladung wäre ja die, die ich jetzt hier habe, ja, das wäre irgendwie Q-Max oder Q-Dach, so nenne ich das mal hier. So, und wie kann ich jetzt dieses Q-Dach ausrechnen? Genau, von einem so einem Viertelbogen, wenn man so will, also hier würde ich das auch rausbekommen, ich, also ich muss das Q-Max ausrechnen, Q-Dach kriege ich raus, indem ich den Strom nehme, und genau über eine Viertelperiodendauer integriere, und ob ich das jetzt nur über die Sinusfunktion, über die Cosinusfunktion oder so mache, ist eigentlich egal. Ich nehme jetzt mal hier drüben diese Cosinusfunktion, also ich sage, mein Strom ist I-Dach, der hat die Amplitude I-Dach, und verhält sich entsprechend einer Cosinus-Omega-T-Funktion, und das enthüriere ich jetzt über eine Viertelperiodendauer, genauso wie hier, ja, also im Prinzip genau diese, nehme ich mal grau, diese grauschrafierte Fläche hier unter der Kurve, und, ja, sagt noch, dass die Ladung am Anfang des Vorgangs, also plus Q0 und Q0 ist sozusagen Null, wir haben hier, wir sind hier ohne Ladung gestartet an dieser Stelle. So, dann ist ja der Strom unabhängig von der, also die Amplitude ist unabhängig von der Zeit, kann ich vor das Integral ziehen, so, wenn ich die Cosinus-Funktion integriere, kommt ein Sinus bei raus, Sinus von Omega-T, so, dann ist das ja eine verkettete Funktion, also hier fehlt natürlich noch das DT, ich integriere über die Zeit, dann muss ich, genau, dann muss ich noch durch das Omega teilen, und das Ganze will ich jetzt in den Grenzen haben, von Null bis T, Groß-T-Viertel. So, und dann kann ich natürlich sagen, also hier habe ich jetzt I-Dach durch Omega, das Omega ist nicht sonderlich hübsch geworden, das schreibe ich nochmal hin, so, und wenn ich jetzt dann obere Grenze, jetzt muss ich einsetzen, obere Grenze minus untere Grenze, und kann mir schon mal überlegen, wenn ich die untere Grenze einsetze, der Sinus von Null bis Null, das ist ja hier oben auch zu sehen, also brauche ich nur die obere Grenze, und die obere Grenze wäre dann eben Sinus von Omega, Groß-T-Viertel, weil für T setze ich eben die obere Grenze ein, T-Viertel, so, und dann können wir noch uns überlegen, Omega ist ja 2 mal Pi mal F, und F ist 1 durch T, 2 Pi durch T, so, dass Omega T, wenn ich das T hier wegstreiche und das Groß-T hier drüben hinschreibe, Omega T ist 2 Pi, also ich kann hier auch Omega T wegstreichen und kann dafür 2 Pi hinschreiben, dann kann ich noch die 2 durch die 4 kürzen, dann steht da Pi halbe. So, und der Sinus von Pi halbe, der ist 1, genau, also das ergibt einfach 1, und das heißt, da bleibt einfach I dach durch Omega stehen, und das ist schon die Lösung von Aufgabenteil A. Wir haben das jetzt allgemein ausgerechnet, und jetzt können wir das noch wertmäßig machen, bei B, und jetzt stellt sich die Frage, warum da jetzt noch eine Länge steht, die, ja, können wir gleich noch trotzdem irgendwie nutzen, auf jeden Fall haben wir eine Frequenz und wir haben Strom, ja, und damit können wir auch ein Q-Dach ausrechnen, weil das ist dann einfach eben 1 Ampere geteilt durch 2 mal Pi mal diese 1 Megahertz, und, naja, dann kann man sich schon überlegen, da wird irgendwas mit, also 1 durch Mega ist ja Mikro, da wird irgendwas im Mikro-Coulomb-Bereich rauskommen, und Herz kann ich ja durch Sekunde schreiben, und wie gesagt, das Mega kann ich durch ein Mikro hier oben hier hin basteln, so, nicht besonders schön, das ist jetzt ein Mikro, und, und, tja, 1 durch 2 Pi in Sechstel, in Sechstel Mikro-Coulomb ungefähr kommt da jetzt raus, ein bisschen weniger als ein Sechstel, weil Pi ist natürlich ein bisschen größer als 3, so, können wir ja mal ausrechnen, also, F, ich mache mal kurz ein CLC und ein Clear All, damit wir hier mal alles weg haben, F ist 1 E 6, I ist 1, und dann ist Omega ist wieder 2 mal Pi mal F, und Q ist I durch Omega, haben wir gerade gesagt, und dann kommt da eben ein Sechstel Mikro-Coulomb raus, das klingt jetzt erstmal, also, ich schreibe mal 0,16 Mikro-Coulomb, so, das klingt jetzt relativ wenig, wenn man jetzt aber sich so ein bisschen mit Ladungen auskennt, ein Coulomb ist ja irrsinnig viel, also ein Mikro-Coulomb ist auch schon noch ziemlich, ziemlich viel, ja, so, warum ist jetzt hier noch eine Länge gegeben von einem Meter? Können wir wieder hier auf diese berühmte Tabelle nochmal kurz zurückschauen, wenn wir die noch irgendwo hier offen haben, also so sieht ja die Stromverteilung aus auf einem Dipol, auf einem Herzchen Dipol, und die Länge sollte natürlich viel, viel, viel kleiner sein, als die Wellenlänge, und deswegen hätten wir da vielleicht noch eine Länge gegeben, ja, können wir ja mal gucken, wenn wir jetzt bei einem Megaherz hier eine Wellenlänge ausrechnen, Lambda ist wieder C durch F, das sind wieder 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde, das sind jetzt hier genau 10 hoch 6 Hertz, Hertz sind 1 durch Sekunde, kommt Meter raus, und dann 10 hoch 6 und 10 hoch 8 machen 10 hoch 2, dann kommen da genau 300 Meter raus, und dann ist auf jeden Fall unser L hier, das ist auf jeden Fall deutlich, deutlich kleiner, als Lambda, also diese Annahme, dass das ein Herzchen Dipol sein könnte, die ist auf jeden Fall erfüllt, ja, so, und ich meine, was jetzt das Besondere ist an diesem Herzchen Dipol, das versucht diese Skizze hier darzustellen, ist, dass die Stromverteilung, das ist jetzt ja mein Draht, die Antenne, dass die Stromverteilung überall die gleiche ist, entlang des Drahtes, und das ist natürlich nicht wahnsinnig physikalisch, weil irgendwo ist ja mal der Draht vorbei, und wo soll der Strom da hin, ja, der Strom kann sich ja nur über das Feld schließen, und deshalb, also wenn man einen echten, kurzen Dipol hat, ohne, ohne eine Endkapazität, dann sieht die Stromverteilung so aus, also in der Mitte ist irgendwo eine Quelle, die treibt den Strom, und in der Mitte ist der Strom am größten, und dann nimmt der Strom eben zum Ende hin ab, weil am Ende ist ja der Draht vorbei, kann kein Strom rausfließen, und am Ende auch nicht wieder rein, sondern der Strom muss sich eben über das Feld, über die Feldlinien jeweils schließen, ja, so, so dass man bei einem kurzen Dipol ohne Endkapazität so eine dreieckförmige Stromverteilung hat. Diese dreieckförmige Stromverteilung macht das aber deutlich, deutlich komplizierter, das zu rechnen, ja, und am Ende, wie man sieht, wenn man jetzt mal diese Parameter hier vergleicht, jetzt passt das ja glücklicherweise genau auf eine Zeile, also, so groß unterschiedlich ist das nicht, also die Direktivität ist die gleiche, die Atenten-Wirkfläche ist die gleiche, der Strahlungswiderstand ist ein bisschen anders, und diese effektive Antennenlänge ist ein bisschen anders, die unterscheiden sich jeweils um Faktor 2 voneinander, ja, oder hier um Faktor 4, also von zwei Drittel auf ein Sechstel, ähm, aber ansonsten ist das das Gleiche, also, das hier oben ist nicht wahnsinnig physikalisch, aber macht die Rechnung, oder macht die Herleitung von dieser ganzen Maxwell'schen Gleichung irgendwie viel, viel einfacher, und deswegen ist dieser Herzsche-Dipol ein ganz nettes Modell, ja, aber was man eben bräuchte ist, und das ist mit dieser Endkapazität gemeint, ich bräuchte natürlich hier so eine riesen Kondensatorplatte, und hier drüben so eine riesen Kondensatorplatte, an meinem Draht, wo der Strom reinfließen kann, damit der Strom eben überall langes Drahtes wirklich die gleiche Stärke hat, und nicht am Ende so wie hier auf Null geht, so, und ich meine, das kann man jetzt bei dieser Aufgabe mal noch irgendwie ganz nett ausrechnen, wenn man wollte, also wir könnten uns überlegen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt diesen Strom habe, und ich habe diese Ladung, und ich habe hier laut Tabelle auch einen Strahlungswiderstand, der steht hier, den können wir ja mal ausrechnen, R, 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 ich kopiere mal wieder diese Formel hier, und füge die hier ein, oh, er fügt die gleich da unten ein, das ist ja äußerst praktisch, so, also das ist jetzt wieder so ein Strahlungswiderstand, und den rechne ich jetzt einfach aus mit Oktav, so, also R, R ist 2 mal Pi, durch 3 mal Eta, Eta habe ich dummerweise gelöscht, da, schreib mal Eta hin, und setz da mal gleich 377 ein, so, mal L, L haben wir auch noch nicht, L Quadrat durch Lambda, Lambda sollten wir schon haben, also jetzt sollte auf jeden Fall, nee, Lambda haben wir auch noch nicht, jetzt sollte auf jeden Fall irgendwie multiple Fehlermeldungen kommen, Eta gibt es nicht, ja, so, also Eta sind 377, L ist genau Meter, und Lambda hatten wir gesagt, sind 300 Meter, so, und jetzt kann man schon scharf auf die Gleichung drauf schauen, und stellt fest, da sollte irgendwas relativ kleines rauskommen, für diesen Strahlungswiderstand, ich meine, das ist ja auch nur, im Prinzip dieser kurze Draht, ähm, da fehlt noch ein Lambda Quadrat, stelle ich fest, so, also da kommen irgendwelche Milliohms bei raus, ja, 8, 8,7, 8,8 Milliohms, so, 8,8 Milliohms, und das ist jetzt natürlich nur der Realteil, ähm, ja, da kann man sich jetzt so ein bisschen drüber streiten, aber nehmen wir das mal so hin, so, wenn ich jetzt einen Strom habe, und Strahlungswiderstand, was kann ich ausrechnen, eine Spannung, also wir könnten, ähm, ja, so eine Spannung ausrechnen, die da in die, die sozusagen diese Quelle speisen muss, in der Mitte, und das wäre einfach R mal I, so, und dann kommen da, mit einem Ampere ist das ja super einfach, kommen da 8,8 Millivolt raus, so, und jetzt habe ich eine Spannung, und ich habe auch eine Ladung, was kann ich jetzt ausrechnen, wenn man hier an, also, ähm, wenn man genau an diese Sache denkt hier, hier muss es irgendwie eine Endkapazität geben, das war in der Rechnung kurz, hier gibt es diese Endkapazität nicht, kann eine Kapazität ausrechnen, ja, C ist, C ist Q durch U, so, setze ich das ein, äh, das kann ich jetzt nicht im Kopf rechnen, also, U ist R, R mal I, 8,8 Millivolt, C ist Q durch U, so, und dann kommen da, wenn ich das mal, C mal 1 E6 rechne, kommen da 18 Mikrofarad raus, und, ja, wenn man jetzt sich so ein bisschen mit, ähm, Kondensatoren ausdenkt, 18,1, dann ist das, das ist ja auch schon ein bisschen was, das ist keine super große Kapazität, aber das ist schon ganz ordentlich, so, und Kapazität könnte man ja auch ausrechnen, wie kann man von einem, wenn wir jetzt von einem Plattenkondensator ausgehen, wie kann man eine Kapazität von einem Plattenkondensator ausrechnen, Plattenabstand, Plattengröße, genau, wir brauchen Plattengröße, und die muss oberhalb des Bruchstriches stehen, ja, weil größere Plattengröße macht ja eine größere Kapazität, der Abstand muss unten stehen, ähm, und dann brauchen wir hier noch irgendwie das Epsilon, was wir vorher schon mal hatten, und dann können wir uns überlegen, ob das von den Einheiten her so passt, ja, also, wenn ich mal die Einheit von dem C jetzt ausrechne, aus der Einheit von dem Epsilon, das hatten wir vorhin mal, das waren Ampersekunden pro Volt Meter, die Fläche hat Meter Quadrat, und der Abstand hat Meter, dann kürzen wir genau Meter, und Meter gegen Meter Quadrat bleiben Ampersekunden pro Volt über, und das sind auch tatsächlich Farad, also das könnte, sollte, dürfte, müsste so funktionieren, so, und ich meine, Epsilon Null haben wir auch, den Plattenabstand, den haben wir auch, das ist ja sozusagen unsere Länge, ja, da kann ich ja auch die Länge hinschreiben, oder das Groß L, wie ich das in, in Oktav genannt habe, und dann können wir das in Richtung Fläche umstellen, und dann kommt da raus, Fläche ist C mal L durch Epsilon Null, so, und Epsilon Null hatten wir vorhin schon mal, habe ich das jetzt richtig umgestellt, wahrscheinlich schon, ähm, naja, und jetzt kann man sich schon überlegen, also das, die Kapazität ist ja klein, die Länge ist aber dummerweise relativ groß, und vor allem das ist halt sehr klein, ja, und eins durch was sehr klein ist, ergibt was ziemlich Großes, so, und wenn man das jetzt mal ausrechnet, zahlenwertmäßig, also Fläche, erstmal mal noch ein Epsilon, Epsilon Null, und das haben wir alles nicht mehr, aber es setzt sich jetzt einfach auf 8,854, oder 10 hoch minus 12, so, Fläche ist C mal L, Groß L habe ich das hier genannt, durch Epsilon Null, so, kommen da 2 mal 10 hoch 6 Quadratmeter raus, und das könnte man jetzt natürlich auch umrechnen, das wären 2 Quadratkilometer, ja, und, ja, also, das zeigt einem dann, dass, also, unsere Rechnung, also wahrscheinlich, A, so ein bisschen fehlerhaft ist, weil das ja hier nur der Realteil von dem Strahlungswiderstand ist, und wahrscheinlich wird da eben auch viel Blindanteil da sein, und der wird das am Ende so ein bisschen kleiner machen, definitiv, aber ansonsten ist das jetzt kein wahnsinnig physikalisches Modell, mit diesem herzlichen Dipol, weil man da eben irgendwie ziemlich große Endkapacitätsflächen bräuchte, um diese Ladung aufzunehmen, ja, also irgendwo im Skript, ich scoge mal so ein bisschen hoch, irgendwo gibt es hier mal so eine Skizze, ähm, wo, wo dieser herzliche Dipol dargestellt ist, hier sind die ganzen Gleichungen zum herzlichen Dipol, nah, fährt Fernvergrenze, genau, hier ist mal diese, so eine, ein Beispiel für so eine praktische Realisierung gezeigt, ja, ähm, mit, also wir haben den Draht, wir haben in der Mitte irgendwie die Anschlussklemmen für die Quelle, die das Ganze speist, und es gibt diese großen Dachkapazitäten, oder eine Dachkapazität am, am oberen Ende und eine am unteren Ende, oder eine Dach- und Bodenkapazität, und wenn man die jetzt mal ausrechnet, dann müssten diese Flächen eben sehr, sehr, sehr groß sein, damit das Ganze physikalisch, ähm, sinnvoll ist hier, zwei Quadratkilometer, wie gesagt, jetzt mit diesem Strahlungswiderstand gerechnet, ähm, das ist die Frage, wie, wie, wie realistisch das hier ist, aber das ist auf jeden Fall super, super unrealistisch. Deswegen, also Herzscher-Dipol ist ein nettes Modell, macht diese Rechnung einfacher, ähm, natürlich sieht diese Stromverteilung nicht so aus, wie in der Tabelle, die jetzt hier schon gerade besprochen wurde, wo finde ich die nochmal hier, ja, ähm, weil es diese Endkapazitäten einfach nicht gibt, Stromverteilung sieht so aus wie hier, eher so dreieckförmig, wenn es ein kurzer Dipol ist, oder wenn es ein langer halber Dipol ist, hat man eben genauso ein Halbwellenfeld, wenn es ein Vollwellendipol ist, hat man eben zweihalbe Wellen, oder eine volle Welle, ähm, und das macht die Rechnung einfach viel, viel, viel komplizierter, ähm, deswegen spart man sich das manchmal ganz gerne und rechnet eben mit dem hier, mit, mit dieser gleichen Stromverteilung da oben. Und wie man sieht, das, so groß ist der Unterschied dann eben nicht. So, jetzt haben wir noch acht Minuten, jetzt, ähm, mache ich das einfach noch mal. So, bestimmen Sie die maximale, ach, wir hauen das einfach alles direkt rein, so würde man das ja auch als Studentin machen. machen wir mal einen neuen Chat. Und fragen noch mal, bestimmen Sie die maximale Ladung, die sich an den Enden eines herzlichen Dipos einstellt. Und das Dach bei dem Strom mache ich mal weg, das hört vielleicht eher. Und gucken wir mal, was da passiert mit JGPT4. Also es passt heute irgendwie kein, kein Latisch, aus welchen Gründen auch immer. Ihr, ihr Maskjax ist kaputt. OpenAI hat die Lizenzgebühr nicht bezahlt, was auch immer. So, also es erzählt erstmal, ist ein einfaches Modell als Antennendipols. Das wird häufig verwendet. Das ist erstmal nicht falsch. Und jetzt nimmt es auch an. Also wir können I von T schreiben als I0 mal Cosinus Omega T. Das haben wir ja auch gemacht. Und wobei I0 die Amplitude des Stromes ist, wir haben das jetzt hier I genannt, aber das kann man auf jeden Fall mal irgendwie umbenennen. Und Omega ist 2P mal 11 ist die Kreisfrequenz. So, und jetzt kann man die Ladung an den Enden durch das Integral des Stromes über die Zeit abschätzen, wobei der Phasenwinkel, da die Ladung am Ende jeder Halbwelle zurück auf 0 geht. Naja, kann man schon irgendwie so sagen. Die Änderung der Ladung über die Zeit der Strom ist maximal, wenn der Dipol keine Ladung trägt und nimmt ab, wenn sich die Ladung aufbaut. Und okay, daher ist die maximale Ladung proportional zur Änderungsrate des Stromes. Naja, die Änderung, Änderungsrate des Stromes, Q ist, naja, ich würde ja eher sagen, ist hier noch andersrum. Der maximale Strom ist proportional zur Änderungsrate der Ladung. Wenn der Sinus-Therm 0 ist und der Kosinus-Therm maximal. Also, I ist DQ nach DT. Das passt auf jeden Fall. So, und die maximale Ladung tritt auf, wenn der Kosinus-Therm 1 ist, integrieren wir den Strom über eine Viertelperiode. Das passt dann wieder. Das ist genau das, was wir auch gemacht haben. Und dann kommt da raus, Qmax ist I0 hier ist jetzt irgendwo Big Left ist genau dieses, was ich auch geschrieben habe, so in den Grenzen von 0 bis Tviertel. Also, jetzt ziemlich genau das aufgeschrieben, was ich auch aufgeschrieben habe. Und dann kommt da raus I0 durch 2 mal Q11 I0 durch Omega. Das haben wir auch. Also, das stimmt. Hier oben, das ist so ein bisschen, also, das ist der Satz hier ist so ein bisschen verquer. Daher ist die maximale Ladung proportional zur Änderungsrate des Stromes. Ne, ich würde das genau andersrum sehen. Ich würde sagen, der maximale Strom oder der Strom ist proportional zur Änderungsrate der Ladung. I ist die Q nach DT, nicht Q ist die I nach DT. Das macht keinen Sinn. So, und jetzt Zahlenwerte einsetzen. In Zahlenrechnung war es noch nie so richtig gut, aber da kommen Q Max Approximate eins durch, so, also 1,5 mal 10 hoch minus 7 Coulomb. Ja, und hier ist wieder sowas, wenn man das mal jetzt wirklich parsen würde, also Q ist ungefähr, hier steht keine Einheit und dann steht auf einmal wieder eine Einheit hinter. Das ist so, auch so typisch ChatGPT-Like. Selbst wenn die Zahlenrechnung stimmt, die Einheitenrechnung ist immer oder die Einheitenbetrachtung ist immer so ein bisschen halb sein, weil Zwischenergebnisse oft ohne Einheit angegeben werden. Also hier fehlt die Einheit, hier hinten ist die Einheit wieder dran. Aber die ist immerhin richtig. Und das Ergebnis stimmt ja auch. Das ist das, was wir haben. So, und ich meine, jetzt könnte man ChatGPT noch fragen, wie groß ist denn der Strahlungswiderstand dieses Hippols vielleicht noch bei dieser Frequenz. So, und da müssen jetzt ja 2Pi Drittel ein bisschen andere Formel, weil der das jetzt mit Z0, das ist das, was bei uns das Eta ist, die 377 Ohm. Jetzt rechnet er erstmal die Wellenlänge aus. Das sind 300 Meter. Auch schön, dass es hier die Einheit eben als Text ausgibt. Das ist ja prinzipiell richtig. Es passt einfach nicht. Vielleicht liegt es auch an meinem Browser. Ich weiß es nicht. So, also hier ist schon mal irgendwas mit mit Ohm. Es sind aber 82, also es hat die 82 Milli-Ohm ausgelenkt. Es hat irgendwie ein bisschen eine andere Formel benutzt. 3 mal 2, 2 Pi Drittel, 2 Pi Quadrat Drittel. Können wir mal gucken. Also 2 Pi Quadrat Drittel mal Eta. Stimmt schon, ne? Doch, doch. Das Quadrat kommt hier hinten hinterm Bruch. Aber in der Formel in der Tabelle in der Formel in der Tabelle haben wir kein kein Quadrat, richtig. Wir haben nur ein 2 mal Pi und kein Pi Quadrat. Tja, gute Frage. Gute Frage, nächste Frage. Ist jetzt schwer zu sehen, auf was sich das Quadrat bezieht. Ich glaube das, ach so, da, ja genau. Das Quadrat bezieht sich, also das Quadrat hier bezieht sich auf das Left Right. Das ist richtig, das Quadrat hier ist falsch. Ich hoffe mal, dass das kein Tipp fährt. Ich werde das mal gleich im Nachgang mal checken, ob da nicht ein Quadrat stehen müsste aus irgendeinem Grund und das seit 100 Jahren keinem aufgefallen ist. Also weil, ja, diese Formeln hier, weiß ich nicht, da gucke ich mal, das ist mal eine gute Sache. Also da, da würde ich mich ja gar nicht mal so streiten jetzt. Und ich meine, wenn wir unsers mal Pi rechnen, also uns fehlt ja den Pi, ja, dann, dann müsste unsers eben dreimal so groß sein ungefähr. So. Also 300 Meter stimmt, Einsetzen der Werte. Ich sage mal so, trotzdem, das hat jetzt irgendwo noch einen Bug, diese ganze Rechnung hier, 300 durch 377. Also dann komme ich doch trotzdem nicht auf 82, wenn wir auf 8 kommen, Also wenn ich, ich meine, ich kann ja mal in unserer RR-Formel jetzt ein Pi-Quadrat dran basteln, dann kommen wir eben auf 27. Also 8 mal 9 mal 3 macht eben 27, aber macht nicht, wenn ich jetzt nochmal Pi hoch 3 rechne, dann komme ich auf 86. Ich weiß es nicht, also das erscheint mir komisch. So, na gut, okay, kommt ein Strahlungswiderstand aus, dann fangen wir mal kurz weiter, wie groß, wie groß wäre dann die Spannung an dem Speisepunkt des Dipuls? Und jetzt sagt der Umschussgesetz, setzen wir einfach ein, erkennen wir, Strom kennen wir, rechnen wir die Spannung aus, sind eben so und so viel Millivolt. Okay, das haben wir jetzt ja auch gemacht, die Spannung ist relativ niedrig. Typisch für kurz, also ja, das würde ich jetzt so unterstützen. So, jetzt können wir überlegen, wie groß müsste dann die Dachkapazität oder Endkapazität des Dipuls sein, damit die maximale Ladung aufgenommen werden kann oder sowas. Ich schreibe mal noch hin bei dieser Spannung. So, und jetzt müsste es natürlich einfach sagen, C ist Q durch U, Q ist C mal V, stellt das um, C ist Q durch U. Das ist jetzt auch wieder witzig, ne? Es schreibt jetzt, eben hat es doch von V gesprochen, jetzt schreibt es, also von U gesprochen, jetzt schreibt es V hin. Aber es kommt auf irgendwie ein paar Mikrofahrrad. Eine typische Größenordnung, die in der HF-Technik für Antennenanpassung verwendet. Ja, mag sein, aber es geht jetzt überhaupt gar nicht um Antennenanpassung. Also es ist auch wieder so, ich erzähle mal ein bisschen was vom Pferd. Ja, und also was, obwohl hier hat es jetzt auch V genommen schon für die Spannung. Okay, so ein bisschen übersehen. So, letzte Frage, wie groß müsste dann die Fläche eines Plattenkondensators sein, der als Plattenabstand die Tipollänge besitzt oder sowas. Ups, eines. Mein kleinen, über meinen kleinen Schreibfehler hat es hinweggesehen, um die Fläche zu bestimmen. Also wir brauchen Yr, Y0, Fläche durch D, das stimmt schon mal. Jetzt, Permittivität sagt es auch, 8,854 mal 10 hoch minus 12. Fahrrad pro Meter, das stimmt. Fläche der Platten, Abstand der Platten. Setzt das ein, so wie wir das auch gemacht haben, nur 10 mal D durch Y0, Yr. Yr hat es auf 1 gesetzt, jetzt berechnet es das. Und jetzt kommt es auch auf, das ist auch wieder spannend, ne? Ich meine, vorher war alles falsch. Also was heißt falsch? Vorher hat es auf jeden Fall 1, was hatten wir denn? 1,1. Falsches, falsche. Falsches Dings. Wir hatten, na gut, wir hatten 18,1 Mikrofarad. Und sind auf 2 Quadratkilometer gekommen. Und das hat jetzt nur 19 Mikrofarad und kommt auch auf, ach nee, hier sind wir nur 0,2 Quadratkilometer. Naja, passt schon. So, und diese extrem große Fläche zeigt, dass die Verwendung eines solchen Plattenkonstellers in der Praxis unrealistisch ist. Insbesondere in Verbindung mit dem. Normalerweise, wenn wir fahren, um die nötige Kapazität im praktikableren Volumen zu erreichen. Naja, gut, okay. Also checkt jetzt nicht so richtig, worauf wir eigentlich hinaus wollen bei der Frage. Jetzt würden wir uns jetzt einen Kondensator bauen, um irgendwie die Antenne anzupassen. Aber ansonsten, naja, ist im Prinzip schon ganz okay. Irgendwo ist jetzt wieder in der Zahlenrechnung Fehler. Mich wundert ja enorm, dass das jetzt überhaupt versucht, diese Zahlenrechnung so zu machen. Ja, irgendwo hier oben in diesem Ding hier. Nee, hier drunter in dieser etwas längeren Herleitung. Hier lief ja irgendwo was falsch. Und nicht ein Python-Skript schreibt. Aber, also zumindest, ja, weiß nicht. Wenn man jetzt so gar nichts weiß und sich so ein bisschen an der Lösung langhangelt, also als, ja, weiß nicht, so als Lerncoach oder wenn man jetzt so ein bisschen mal so Chatschimpity fragt. Ja, man muss das immer alles mit dem Körnchen Salz nehmen, was da rauskommt und vielleicht nochmal irgendwie nachgoogeln. Aber vielleicht stupst es einen zumindest schon mal so ansatzweise in die richtige Richtung bei der Lösung. Na, wenn man sich jetzt so ein bisschen unsicher ist. Auf jeden Fall eine sehr schöne Lösung von dieser Aufgabe hier zum Dipol.